Kantonspolizisten haben im Flughafen Zürich einen Mann verhaftet, welcher 5 kg Kokain in diversen Früchten eingearbeitet im Koffer transportierte. Der 29-jährige Niederländer flog von Sao Paulo nach Zürich und wollte nach Luxemburg weiter reisen. Im Transitbereich des Flughafens Kloten kontrollierten Kantonspolizisten den Mann und sein Gepäck. Es wurde festgestellt, dass in diversen Früchten im Inneren seines Reisekoffers insgesamt rund 5 kg Kokain eingearbeitet waren, wie die Kantonspolizei Zürich ausführt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung habe sich der Drogenkurier bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu verantworten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017